Betrüger, verarschen ist geil, Betrüger, verarschen ist geil, Betrüger, verarschen ist geil. Ja, ha? Herr Bart? Ja? Schönen guten Tag, mein Name ist Corinna, ich melde mich wegen Ihrer Registrierung. Sie haben sich gerade bei uns registriert. Corinna heiße ich. Achso, ich dachte, Corona sind Sie. Okay, Sie haben sich bei uns gerade registriert, um Online-Geldung eine fullautomatische Software auf den Finanzmarkt zu investieren. Genau, aber die ist ja halbautomatisch, geht das auch? Schon wieder, Herr Flughafen? Ich bin nicht der Telefonverperler, die verwechseln mich. Ich bin das nicht. Herr Flughafen? Nein, ich bin das nicht, ich bin Eisdex 75, ich bin nicht der Telefonverperler. Bestimmen Sie Herr Andreas Flughafen, ja? Nein, ich bin das nicht. Ich kenne diese Stimme sehr gut. Sie verwechseln mich mit einem anderen YouTuber. Okay, wie gesagt, Sie haben sich bei uns registriert, um Online-Geldung eine fullautomatische Software zu investieren. Können Sie mir bitte sagen, was benutzen Sie gerade, Computer, Laptop, Handy? Google Chrome, also Laptop. Laptop. Okay, Sie sind gerade online und können Sie mit Mastercard auf unserer Plattform Ihres Konto zu aktivieren. Sagen Sie mir bitte, ob Sie Mastercard dabei haben. Ja, ich habe die noch in der Tasche drin. In der Tasche drin. Nehmen Sie bitte Ihre Mastercard aus Ihrer Tasche und dann füllen Sie bitte dort die Felder, wo Sie Ihre Kreditkarte eintragen müssen und so weit. Ah ja, habe aber sonst nichts anderes zu tun. Ach so, Bestimmen Sie Herr Andreas Flughafen sind und bitte keinen Spaß mehr. Ich bin nicht der Flughafen. Sie sind, ja, ich kenne diese Stimme hundertprozentig. Wir haben alle heute mit Herrn Andreas Flughafen gesprochen, über viele andere Namen und alle andere Kontos, ja? Ich bin aber trotzdem nicht der Flughafen. Das ist der Telefonverblender. Der macht zwar auch einen guten Job, aber ich bin das wirklich nicht. Okay, eine Sekunde. Ich bin ein anderer YouTuber. Ich bin das nicht. Holen Sie mal Kollegen ran da. Der soll prüfen, ob ich das bin. Ja, wenn du das siehst, Telefon... Hallo, grüße Sie. Hallo. Ihre Kollegen meinen, ich bin ja Flughafen, aber ich bin nicht der Flughafen. Moment, ein Moment bitte, ganz kurz. Also, Grüße gehen raus in den Telefonverblender. Machst einen guten Job. Ich bin schon überall bekannt. Ah, Momentchen, Momentchen. Nein, nein, es kann schon sein, dass sie nicht der Flughafen sind, aber ich kenne sie ja schon. Echt? Kennen Sie mich noch? Ja, weiß ich nicht. Wer sind Sie denn? Kennen Sie die Martha? Oh, Martha. Ja, Martha. Ja. Genau, genau. Jetzt haben wir uns gefunden, wie wir gehen. Jetzt haben wir uns gefunden, gell? Geil. Wow. Warte mal, ich hole mal Kollegen dabei, warte mal, ich hole mal einen Kollegen, warte mal. Hallo. Hallo. Wir machen jetzt Konferenz, Betrüger-Konferenz. Sprech mit Herrn Krügel. Sie brauchen gar nicht sprechen. Herr Krügel ist ja Bart bei uns und er macht nur Späßchen. Ja. Hallo, hallo. Ich bin's. Herr Krügel? Ja. Kann ich wieder mit Herrn Krügel reden? Ja, das bin ich. Ich bin Freddy Krüger. Das bin ich. Weil ich rede gerade mit zwei Personen. Ja, das ist eine andere Betrügerin. Die denkt, ich bin der Flughafen. Ach so. Okay. Mhm. Herr Krügel, erst mal Freddy Krügel. Ja, ist das richtig? Genau, aus dem Horrorfilm bin ich das. Das bin ich. Okay. Petra Klein ist mein Name, Herr Krügel. Und ich melde mich gerade von Deutscher Kapital-Märkte-Grupp. Ja? Boah, Sie haben da eine geile Musik, ey. Boah, geil, Alter. Herr Krügel, äh, es gibt Musik im Hintergrund, damit Sie dann nicht ständig die Stimme von meiner Kollegin hören, ja? Ach so, ist klar. Es ist viel angenehmer, bis Sie dann Musik hören. Ah, ja. Ähm, genau. Ja, ich verstehe Sie zwar kaum wegen der Musik, aber es ist viel angenehmer. Ja, genau. Okay, ich werde dann ein bisschen lauter sprechen. Genau, machen Sie die Musik ein bisschen lauter, genau. Herr Krügel, bitte. Was ist das für ein Spielchen? Ich bin... Aha. Junge, wer ist denn so blöd und kennt Freddy Krüger nicht? Freddy Krüger ist aus einem Horrorfilm. Mann, mein Gott, ey. Alles klar, schon Tag noch. Ja, hallo. So, jetzt ist der... Kann Sie sich doch mit Krüger registrieren? Ja, ich bin der Krüger, genau. Freddy Krüger. Wer ist denn so blöd und fällt auf rein. Das ist von Nightmare on Elm Street. Ein Horrorfilm. Ich kenne den Film, natürlich kenne ich den Film. Mit den... Mit den... Okay, bei uns sind Sie... Ähm... Ähm... Bei uns sind Sie als Mario Bart. Ja, da bin ich Mario Bart. Was machen Sie diese Kontos auf? Ja, weil ich genau wie der Flughafen, äh, euch alle verarsche. Ah, das ist kein Problem. Können Sie gerne weitermachen. Sehr gut. Können Sie gerne weitermachen. Sehr gut. Das finden wir natürlich lustig, alle. Dass solche Arbeitslose nichts anderes zu tun haben. Ich bin nicht arbeitslos, aber auch egal. Äh... Grüßen Sie doch mal den Herr Flughafen. Oder Herr Bert. Herr Bert geht auch, glaube ich. Wenn... Wenn er das Video sehen sollte, dann... Genau. Weil das ist ein Kollege von mir. Sehr guter Typ. Macht sehr gute Videos. Kann ich nur empfehlen. Ist... Ist auch... Ist auch sehr lustig. Also ich finde ihn lustiger als ich. Er macht gute Videos. Sind Sie ein Vlogger? Oder was sind Sie denn? Genau, ein Vlogger. Wer kennt ihn nicht? Ich bin ein Vlogger. Ich bin ein Vlogger. Ja. Ein Vlogger mit dem Vlogger. Okay. Mit was haben Sie Probleme? Kann ich auch wissen? Ich hab... Kopf, Bauschmerzen oder... Ich hab keine Probleme. Beine Schmerzen. Wo das Problem ist. Gehen Sie bitte zu der Arbeit. Gehen Sie bitte machen Sie was anderes. Ich hab Urlaub. Nicht unsere Zeit zu verschwitzen. Verschwitzen? Ich tu keine Zeit verschwitzen. Sie lachen, aber das ist kein... Kein Lust mehr, ja? Das ist kein Lust mehr. Wir werden alles überprüfen. Echt? Wir werden bestimmt etwas von uns bekommen. Geil. Erwarten Sie sich noch, ja? Kannst du mich auch auspeitschen? Jeden Tag schauen Sie sich in Ihrer Briefkaste. Im Briefkasten? Und überraschen Sie sich nicht, wenn Sie etwas über 1.000 Euro bekommen haben. Ja? Ja? Guck du auch mal im Briefkasten, ob da eine Bombe ist von mir. Okay. Eine Briefbombe ist hier gestehe. Okay, alles was Sie gerade gesprochen haben, ich werde zu der Polizei weiter informieren. Ey, geil, wie geil ist das denn? Ein Betrüger will mich bei der Polizei anmelden. Okay, sie werden von der Polizei eine Bombe zu Hause bekommen. Echt? Von der Polizei? Boah, du bist ja Schwachkopf, ey. Okay, auf Wiederhören. Du bist so dumm. Du bist so ein dumm dumm. Ein dumm dumm bist du, ey. Ach, geil, ey. Ja, finde ich cool, wenn mich die Betrüger schon mit den Telefonfäbler verwechseln. Sehr, sehr, sehr cool. Mal was anderes, aber auch witzig. Und wenn das hieß, Telefonfäbler, Grüße gehen an dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020